Hallo, hier ist Paterlustik. Puh, ist das heute wieder heiß? Findet ihr nicht auch? Puh, mein dickes Plüschfell ist ja sehr schön kuschelig. Aber im Sommer, puh, ist es mir viel zu warm damit. Heute bleibe ich lieber im Haus. Puh, ganz schön anstrengend. Nun nutze ich den Tag, um am Computer zu arbeiten. Psst, ich muss allerdings zugeben, am Computer zu arbeiten, mache ich nicht so gerne. Aber das muss ja auch mal sein. Letzte Woche habe ich Laura getroffen und ihr erzählt, dass ich unter meiner Wolle im Sommer so schwitzen muss. Deshalb hat sie mir diesen tollen Fächer gebastelt und geschenkt. Seht mal. Damit kann ich Wind machen und dann geht es mir gleich viel besser. Das tut gut. Außerdem, liebe Laura, hast du mir dieses schöne Lesenzeichen gebastelt, was nun in meiner Bibel steckt. So schön. Ich möchte mich herzlich bei dir für diese schönen Dinge bedanken. Ja, sich zu bedanken heißt, anzuerkennen und wertzuschätzen, was ein anderer für uns tut. Eins, zwei, drei, vier. Danke, danke für meine guten Freunde. Danke, oh Herr, für jedermann. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. B, bevor ihr heute Abend schlafen geht, denkt doch einmal kurz darüber nach, für was ihr heute dankbar sein könnt. Und ich muss jetzt noch arbeiten. Und für meine Arbeit bin ich sehr dankbar. So, jetzt muss ich an den Computer. Tschüss. Euer Pater Lustig. Tschüss.